Hier, machen wir die zusammen. Danach gibt's eine Woche nach der Tanzparty. Hey, hey, wie geht's dir? Oh mein Gott. Komm her. Oh, ich hab dich mit meiner Gruß. Ich hab dich ab. Oh Gott. Nicht anzuhängen, das ist so anstrengend. Ja, so 2015 stehen wir berufstätige Müttern immer noch so kritisch gegenüber Ärzten. Immer noch. Tut mir leid, das war rein rhetorisch. Sie brauchen nicht zu antworten. Ach, ich hab mich vor.